Ja! Halbfinale! Schalke rausgeworfen! Und jetzt bitte, bitte als nächstes ein Heimspiel Sonntag um 18 Uhr in der ARD-Sportshow ist die Auslosung richtig geil! So, und es wäre so geil, wenn wir über Hamburg nach Berlin kommen. Es wäre so richtig geil! Sonntag, wie schon gesagt, die Auslosung! Bitte, 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 bitte ein Heimspiel! So richtig geil! Jawoll! Ihr könnt's doch! Wir sind Pokal! Wir sind Pokal! Und wir holen das Ding! Davon bin ich überzeugt! Wir sind Pokal! So, das war's auch wieder von mir! Bis denn, ciao, ciao! Ja!